Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspielfreunde zu Taiwani. Ja, erstmal haben wir einen Tag der Wiederbenehmung gekriegt, dadurch dass wir in unserem Permatox-Konto angemeldet sind. So. Gut, dann wollen wir mal in die Festung am Wachplatz eindringen. Und Lyra hat immer noch eine Wunde, das dürfte aber noch gehen. Hauptsache wir kriegen jetzt endlich mal den Regenten weg. Und damit Wachplatz unter unsere Fittiche. Oh. Rotmooswickel. Erschöpftes Toxin. Hier ist alles ziemlich am Arsch. Ich habe so das Gefühl, dass ich gleich wieder eine Cutscene triggere. Oh. Himmelsklinge, da ist Stredos Herodin als resolute Klinge. Na, das ist toll. Ich warte schon ewig darauf, uns zu Ende zu bringen, was wir begonnen haben, Regent. Ihr habt lang genug in eurer Feigheit und Schande geschworen, oder nicht? Er zieht seine Waffe. Wenn ihr mich anfleht, euch zu töten, mache ich es kurz und schmerzlos. Und hier erzählen einem die Geschweden etwas über die Ehre und den Ruhm des Krieges. Sie sind doch nur prinzipientreue Schlechter wie wir alle. Ich streite gar nicht ab, dass unsere Arbeit uns zufrieden stimmt, aber mehr ist es auch nicht. Nur Arbeit. Wenn du mich auf den Knien sehen willst, musst du meinen Leichnam so drapieren zum Entzücken deiner inzüchtigen Kohorten. Aber sprich nicht über Feigheit und Mut. Die Geschmähten waren auf Kyros Arcade Tricks angewiesen, um Erfolg zu haben. Mit einer solchen Macht hätte wohl jede Armee verlauste Ratten siegen können. Ihr habt eine Kompanie als Geisel genommen und hattet nicht den Wum, uns auf dem Schlagweg gegenüber zu treten, Feigling. Dimitris trägt deinen Schritt vor. Ich werde Ashes Gunst gewinnen, wenn ich ihm euren Kopf bringe und niemand im oberen Exempland wird, um euch weinen. Als der Regent dich erblickt, ändert sich etwas an seiner Haltung. Ah, der Schicksalsbinder stößt zu uns. Du rechnest dir wohl keine guten Chancen aus, wenn du so viel Verstärkung mitbringst. Du erscheinst im genau richtigen Moment, Schicksalsbinder. Erdeutet auf Herodin. Töten wir diesen Krankenkund gemeinsam. Ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. Ihr hättet das Ehrenhafte tun sollen und das Indikt selbst beendenstellt. Das ist eure Schuld. Macht Platz mit den Geschmähten gehören für die Ehre von Ash. Gebt Amalia frei und wir gewähren euren Soldaten Gnade. Ja, ich glaube nicht, dass wir uns schon vorgestellt wurden. Kommandant Dimitris zum Diensten. Er schickt mich, um beim Aufräumen zu helfen. Wie wäre es, wenn wir die Bänke aufeinander stapeln und die Tür zu diesem Feldzug ein für allemal verschließen? Er grinst sich aufmuntert an. Wolltet ihr das Indikt in Verbänden, indem ihr zwei Palame, bis ich an Altersschwäche sterbe? Schweres umklammert den Griff seiner Waffe fester. Gebt Amalia frei und wir gewähren euren Soldaten Gnade. Aber keine Gnade für euch, Regent. Baric baut die Fäuste und macht sich bereit zum Angriff. Ich schließe keine weiteren Kompromisse mit euch imperialistisch nun. Wenn ihr die Festung unbedingt haben wollt, müsst ihr sie mir wegnehmen. Ich mag viele Jahre auf dem Buckel haben, aber ich habe sie alle damit zugebracht, mich auf diesen Augenblick vorzubereiten. Wir müssen euch wirklich in die Ecke getrieben haben, Regent. Ich habe euch noch nie derart die Zähne fletschen sehen. Demetrius rückt mich gezogen, da war ich vor. Gut, ich habe heute ohnehin eine Herausforderung gebraucht. Gut, da ist sogar... Achso, das ist ein Wappengelosse. Gut, dass es hier nur Kämpfer gibt hauptsächlich und keine Magier. Das würde das Ganze nur schlimmer machen. Oh, das hat Lyra schon mal arg wehgetan. Wer weg? Ähm... Das Problem ist, er hat nur Stradus an der Backe, ich habe die ganzen Reste an der Backe. Also, es ist schon mal keine gute Idee, da ungebufft reinzugehen oder überhaupt da reinzugehen. Warum kommen die drei anderen, äh, die Schildwachen nicht mit? Das ist irgendwie komisch. Die könnte ich hier dringend auch noch gut gebrauchen. Und die sind nämlich arg in der Überzahl und machen böse viel Schaden. Ich habe es geschafft. So. Durchklicken. Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Wachplatz mit den Geschwäten gehören für die Ehre von Gravenash. Gravenash beschützt. Barrick klopft sich auf die Brustklasse. Kyrus hat entschieden, dieses Land zu verwüsten. Aber ich widersetze mich der Erniedrigung und der Kapitulation. Ich habe euch nie um eine Kapitulation ersucht. Ihr verwechst mich mit jemandem, der sich um die Leben von ein paar südlindischen Würmer und schert. Da täuscht ihr euch, alter Mann. Okay, Lyra kriegt wieder ordentlich als auf den Deckel gleich mal von vornherein. Wie wäre es damit? Konzentrieren wir uns auf Herodin? Wenn der nämlich weg ist, müsste auch die Windmauer weg sein. Das hat jetzt gerade Lyra sehr den Hinter gerettet. Äh. Ja. Gut. Du haltst dich mal selbst. Du kannst Barrick nicht heilen, deswegen... Ersteche hier Rodin. Ja. 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 Wir brauchen hier. Ja. Ja. Unser Hauptziel ist immer noch Herodin. Ja. Ja. Ich bin nicht bereit. Ja. 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 Ja, Barrick kriegt ordentlich eins auf die Ömmel. Und ich habe gerade nichts, womit ich ihn heilen könnte. Aber ich kann ihn wiederbeleben. Ich versuche mal wirklich von Anfang an auf Herodien zu gehen, um ihn schnell zu töten. Vielleicht bringt das wirklich was. Ansonsten muss ich wieder die Hasenfuß-Taktik benutzen. So. Und das da noch. Bla, 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 bla. Kennen wir alles. Wir wurden so nicht vorgestellt. Ihr hättet das ehrenhafte Tun zu sein, ist es eure Schuld. Ich werde dich länger hier stehen und mir deine Anstellungen anhören. Ich habe im Interesse so unbeugsamen Landesgehalt gehandelt. Und wenn ich heute sterbe, sterbe ich als Patriot. Die einzigen Patrioten hier sind diejenigen von uns, die gekommen sind, um euch die Standarte der Geschmähten in den zusammengekniffenen Arsch zu rammen. Kommt, beenden wir das, ihr dick gemeinsam, alter Mann. Dimitris und seine Soldaten rücken vor. Welche Soldaten? As you command. I got it. Ich glaube, sich auf Stratos zu konzentrieren, also auf Herodin zu konzentrieren, das klappt auch nicht. Ich glaube, ich muss mich zurückfallen lassen und hoffen, dass Dimitris genug ablenkt, dass ich nur mit zwei Dreien oder vielleicht Vieren zu kämpfen habe. Und nicht mit dem ganzen Haufen. Also gut, wieder hochbuffen. Also gut, wieder hochbuffen. So. Bla, bla, bla. Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Gibt mir Amelia. Genau das meinte ich. So ist das gleich viel angenehmer. So können wir in Ruhe Berwick und Lyra heilen. So, dann schreie ich mal und gebe noch mehr Schutz. So. Nordweg kann sich mal um den kümmern. Ich schleude ein Stein. Lyra, Flammenwahl. Berwick, hau ihn. So, Lyra hat ein Level ab. Du heilst Berwick. Und dann heilen wir nochmal Berwick groß. Und am besten über Zeit. Oh je. Ach ne, du heilst gerade schon. Lyra. Okay, der ist fast tot. Landry, Schockfroste den mal. Wirft euch die beiden durch und du schweig ihn mal. Landry, aufstehen. Entferlich wertvolle. Berwick, hau ihn? Das Ding, das kann nicht pierce Klob.